Wenn ich eines über die Ehe gelernt habe, dann, dass es nie so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Insofern ist heute der perfekte Tag für den Start in eure Zukunft. Ja, hier gab es eine... Wie sagt man zu sowas? Zombie-Apokalypse? Bist du irre? Wenn ich sowas sag, legen die doch gleich auf. Hallo? Hallo? Leck mich doch am Arsch, die sind überall! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Die... Die essen unsere Gäste! So gehen 50.000 Mäuse den Bach runter. Jungs? Gehen wir los! Oh yeah, Dad! Verdammt, wie in Deadpool. Finde ich geil. Oh mein Gott! Hey, wie geht's Ihnen? Wart er nicht tot? Was haben Sie mit meinem Opa gemacht? Wisst ihr was? Ihr könnt mich am Arsch lecken. Was für ein abgefuckter Tag. Okay. Was für ein... Das war's! was für ein Ruhig ist? Wart...